hallo ich grüße euch auf meinem kanal lego star wars 80 st von hot und schwer zu erkennen durch die schneelandschaft auf der verpackung hat 586 teile drei minifiguren und eine gebaute figur das ist dieser soll wohl ein sondendroide sein so habe ich es zumindest auf der seite gelesen und der ist auch sehr aufwendig gebaut finde ich mit doch recht vielen teilen die hier eingeflossen sind hat hier halt so verschiedene ja das sollen dann halt wohl hier diese sonden sein teils mit waffe oder hier halt so schraubenschlüssel droiden arme halt auch genommen passt ja dann auch hier wunderbar dazu ja soll halt so über schweben deswegen hat er hier so ein klar sicht stange als stand das ist schon mal sehr schön und dann haben wir natürlich eine schöne figur das ist hier der chewie chewbacca hat hier so eine art armbrust da gibt es auch noch ersatz munition für also hat diese roten einmal eins klar sicht pricks nicht pricks plates round plates genau und das ist hier dann ein großes teil was hier über geworfen wird moment damit das hier der abziehen das ist auch in so einem sondern tan optik also ein bisschen weiß gesprenkelt man sieht das also hier auf dem schnee planeten also im prinzip haben wir hier die figur auch noch mal mit den bein prints auch mit so weißen sprengeln drauf also sehr schön gemacht und ja den kann man sich schon mal antun und dann haben wir einen rebellen ein hot rebellen trubler das ist wahrscheinlich relativ standard aber es ist wohl ein mädel wenn man das so vom mund her und den augen erkennen kann auch ein schöner print von der uniform so ein turnister hinten drauf und entsprechende waffe und dann haben wir natürlich noch den at st treiber also den fahrer des ganzen hat hier sein fernklass in der hand und noch eine waffe hat er natürlich auch noch dazu die hatte jetzt nicht in der hand zeige ich euch dann gleich noch ja der hat hier quasi geprintet sein wie sagt man kommt jetzt wieder nicht auf den namen aber das ist im prinzip hier die der riemen genau den wollte ich den habe ich gesucht der riemen von diesem hellen der ist quasi auf sein gesicht geprintete hatte die brille hier noch als print drauf also auch schön gemacht rücken print das ist der fahrer und dann kommen wir zum eigentlichen st und da war ich ein bisschen enttäuscht finde ich ist ein bisschen klein geraten also passt auch der 3 war gar nicht rein also man kann ja auch nichts aufklappen naja spaß also was ich euch hier verkaufe das ist nämlich das passende finde ich sehr passende polybag dazu das ist nämlich die 30495 finde ich aber auch sehr schön gemacht also das hat auch spaß gemacht zu bauen lässt sich jetzt leider so sollte man es drauf setzen es hat einen drehteller aber es lässt sich dann quasi nur so 45 grad drehen aber beine sind schön verstellbar also man kann auch in so einer schrittstellung durchaus hinstellen das funktioniert und den stellen wir einfach mal hier neben und dann rücken wir die packung ein bisschen weg und dann kommen wir zum eigentlichen das ist nämlich dann doch ein bisschen größer gott sei dank für 50 euro den habe ich jetzt mal so aufgeklappt weil dann wollte ich direkt den fahrer reinsetzen der hat hier oben dann auch so ein kleiner clips wo seine waffe zum beispiel dran klipsen kann und dann kann man ihn hier so einsetzen und wenn ich jetzt hier die richtige position finde dann setzt er hier drin das sieht schon mal nicht schlecht aus dann kann man hier die klappe zu machen und er hat hier oben auch direkt noch mal eine kleine luke wo er dann raus gucken kann also im stehen dann raus gucken kann quasi das wird ja auf der packung auch gezeigt von daher kann man dieses spielfeature dann auch so nutzen was ich jetzt noch ganz gut fand wurde nämlich auch bemängelt dass man hier quasi keine klappen hat die habe ich jetzt mal hier versucht zu gestalten also hier ihr seht ich habe jetzt hier richtige sehschlitze habe das mal so in dieser variante hier mit sie klemms gestaltet und ja dann kann ich halt hier das ganze auch zu klappen ein bisschen richten ist natürlich jetzt nicht für den heftigen spieleinsatz geeignet aber es funktioniert insgesamt finde ich den gut gebaut ihr seht schon den mechanismus hier er geht auch 360 grad zu drehen das ist natürlich schon mal gut finde ich und das ist auch mit so einem kleinen getriebe gelöst zeige ich euch gleich mal in der anleitung wenn man dann diese shooter hier spannt der kopf ist ziemlich schwer also dreht sich dann auch mal bei leichtem neigung schon etwas über die shooter jetzt hier spannend dann kann man sie auch hinten auslösen nicht nur den richtigen position finden da gibt es dann hier diesen auslöser und dann kann man diesen shooter nach vorne rausschießen ich habe die jetzt mal nicht gespannt sondern lasst ihr jetzt so in so dieser optik das große geschütz hier vorne dieses doppelläufige das kann man halt auch entsprechend stellen der kopf hat schon so eine leichte neigung wenn er also steht neigt er sich schon nach unten sieht man also ganz deutlich das passt auch ganz gut die seiten sind schön eingehangen die seiten verkleidung und ja insgesamt schön gebaut finde ich was ich jetzt noch gemacht habe ich habe ihnen noch ein paar fliesen außen spendiert an den beinen denn eigentlich hat lego ist nur vorgesehen dass es hier in den innenseiten verkleidet ist ich habe jetzt außen noch ein paar drauf gesetzt hatte jetzt nicht so die länge in einem stück deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen gestückelt das ist nicht so 100 prozent aber leider habe ich jetzt aktuell da keine fließen in der länge in kraut zumindest oder in irgendeinem ton der hätte gepasst ja also hat eine schöne funktion dieser drehregler ist gut gemacht wenn man nach rechts dreht dreht er sich nach links und umgekehrt das ist halt durch dieses getriebe so vorgegeben die zahnräder greifen hat so ineinander hier unten noch mal so schöne verstellbare schutzschilde und ja die füße sind ziemlich aufwendig gebaut ziemlich massiv dann auch letztlich also der steht schon massiv oder beziehungsweise sehr stabil finde ich und man kann er sicherlich auch in so einer schrittstellung bringen weil die beweglichkeit ist da und ja also ich finde ihn gut gemacht jetzt zeige ich euch mal eben nach so wir haben 586 teile das habe ich glaube ich eben vergessen zu erwähnen relativ am anfang baut man halt hier diese grundplatte wo dann die mechanik auch eingebaut wird und da sieht man hier gibt es so ein getriebe mit so zwei kleinen zahnrädern dann schiebt man von hinten die stange dann in dieses eine zahnrad rein und das obere wird dann hier aufgelegt dann kommt diese dieser drehkranz drauf mit dem entsprechenden aufbau und dann sieht man dass das ganze dann hoffentlich funktioniert wenn man das alles richtig zusammen gesteckt hat und insgesamt sind wir in der anleitung dann bei schritt 207 auf seite 125 mit dem guten stück fertig durch meinen umbau habe ich jetzt quasi in der front diese vier mal vier plate übrig behalten mit dabei ist natürlich noch ersatz munition einmal so eine stange und zwei von diesen roten trends clear oder trends red muss man ja sagen und dann haben wir hier eine handvoll kleinkram der automatisch auch immer so ein bisschen bei lego dann über bleibt das sind so die standard pins einmal eins teile ein paar stangen und 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 ja also ach so dann ist noch eine von diesen brillen übrig von dem rebellen kann man ja auch entsprechend oben auf die kappe hoch stellen beziehungsweise natürlich auch auf die augen da gibt es zwei kleine rastpunkte wo die brille dann sitzt könnte man theoretisch jetzt die zweite brille hier auch noch auf die nase setzen auch wenn die minifigur ja keine nase hat zumindest keine erhabene nase so habe ich jetzt quasi beide brillen aufgebracht also ein ersatz brille ist dabei gut ja was gibt es sonst noch zu sagen ja also ein paar kleinigkeiten kann man halt verbessern ich fand das halt ganz interessant dass man hier diese klappen gestaltet und das lässt sich bei dem kleinen jetzt leider nicht machen also da lässt sich jetzt nichts aufklappen aber ich will jetzt hier keine kritik eigentlich üben man könnte jetzt mit einem mit der jumper blade vielleicht das noch mal ein bisschen versetzen dann ließe er sich auch mehr drehen wenn ich ihn jetzt hier hinten hinsetze dann lässt er sich zwar weiter drehen zumindest 180 grad aber das sieht dann irgendwie ein bisschen unförmig aus man müsste vielleicht so eine zwischenstellung finden das heißt irgendwie mit jumper blade ein bisschen verspringen aus diesen normalen noppen abständen weil dieser schwenk radius ist natürlich schon sehr klein 45 grad aber er kann sich in schrittstellung stellen und von daher finde ich das für ein poli back auf jeden fall super gelungen und macht sich jetzt quasi so als kleinen kleine variante gut dazu für ein diorama was jetzt halt nicht so groß sein soll hat man da auch noch mal eine schöne alternative also diese dieses poli back ist auf jeden fall auch zu empfehlen ja das soll es dann davon gewesen sein ich glaube ich habe soweit alles erwähnt wir können nochmal kurz den gliedermaßstab dran halten da haben wir bei dem kleinen höhe von circa 14 zentimetern bei dem großen sind wir bei in etwa vier und 26 cm das ist natürlich dann schon mal ein deutlicher unterschied aber hier sind wir bei vier euro und hier sind wir halt bei dem gut zehnfachen wenn man es mit angebot kauft und ja das ist halt dann schon ein unterschied ich meine hier klar mehr detailgrad wir haben mehr verstellen möglichkeiten bzw spielmöglichkeiten da müsste man hier an dem schon viel umbauen und dann würde es vom maßstab her auch nicht mehr so genau passen aber sei es drum ich glaube man kann beide gut haben und ja den hatte ich mir auf jeden fall auch vorgenommen und jetzt mit dem entsprechenden rabatt habe ich dann aber auch zugeschlagen ich weiß jetzt gar nicht mehr was ich bezahlt habe aber lag glaube ich so bei etwas auf 30 euro gut das soll es zu star wars dem et st von hot gewesen sein ich freue mich auf den kommentar abo like und ja sage mal bis bald ciao